Ich werde dir eine Reihe von Fragen stellen. Bitte antworte wahrheitsgemäß. Hast du jemals jemanden verletzt? Ja. Hast du jemals etwas erlebt, von dem du sagen würdest, das war nicht normal? Ja. Letzte Frage. Weißt du, was Mutanten sind? Wusstest du, dass Klapperschlangenbabys gefährlicher sind als Ausgewachsene? Sie wissen noch nicht genau, wie viel Gift sie absondern müssen. Ihr alle seid gefährlich. Deshalb seid ihr hier. Was ist das hier? Das ist kein Krankenhaus. Das ist ein Horrorhaus. Und ihr habt euch nicht mehr. Ihr habt euch nicht mehr. Ihr habt euch nicht mehr. Du hast viel durchgemacht. Schlaf dich aus. Und ihr habt euch nicht mehr. Näsjunge nameionaiona bouncing idag. Und es geht euch nicht mehr. Dr. 1,5-3-2-2-3-3-3-3-3-3-4-3-6-4. Und dann mache ich auch unite友 und rE4-3-4-6-4-6-4-6-5-4-6-6-4-6-7-6-6-6-5-6-6-7-9-5-6-7-9-7-6-6-7-6-7. Vielen Dank.